hallo und herzlich willkommen bei wachtefarm.com so liebe leute ich bin gerade wieder zum eier absuchen hier und wir haben ja da so ein tolles versteck jetzt muss ich erst mal hier ran die ist ja ganz neugierig bist du eine neugierige eine schicke die hat mich im finger gehabt die kniebt mich was denn hier los ja was ich sagen wollte wir haben ja hier ein versteck wo immer unzählige eier zusammenlagen das war immer etwas erstaunlich dass die wacht den alle dorthin legen wir haben jetzt aber das geheimnis gelüftet und zwar schaut mal da da ist eine henne am brüten bzw die möchte gern brüten die sucht sich nämlich die eier alle zusammen rollt die in dieses versteck rein und setzt sich dann da drauf und glückt jetzt ist es aber leider so dass wir keinen hahn haben sondern nur hennen und demzufolge sind die brut versuche von der gutsten völlig umsonst aber da sieht man was die ursache für sowas sein kann so und ich vermute auch so ein bisschen dass diese glücke guckt mal wie die reagiert auf die andere wachte die hackt sofort nach der dass diese glücke wahrscheinlich die anderen wacht den stört beim eierlegen indem sie wartet bis die ihre eier legen und die dann irgendwie angreift dass sie dann weniger legen als bisher ja jetzt werden wir mal schauen der gutsten die illusionen mal wieder nehmen ich muss ein bisschen aufpassen hier ist eine guckt euch die mal an die ist extrem aggressiv guckt mal ich halte mal der hand hin die pickt mich in die hand das gefällt mir mal gar nicht meine gutste das kannst du lassen aber wir müssen der guten glücke jetzt leider sagen dass ihre bemühungen vergeblich sind die scheint auch schon eine ganze weile drauf zu sitzen also die eier sind mächtig warm guck doch mal die die sich breit macht die möchte brüten das ist so was soll ich machen soll ich mir gut eier besorgen von ihr die unterlegen und dann gucken wir was passiert ich bin mir da noch so ein bisschen unsicher alle fälle müssen wir so leider müssen wir den glauben leider nehmen die sind echt dolle warm die eier also es ist schon eine ausdauernde brüterin seht ihr das wie die sich die eier runter unterschiebt und deswegen liegen die alle auf einer stelle es tut mir ja leid mein schatz es tut mir ja leid haben wir da noch eins eins ist da noch es tut mir leid ich muss gucken ich muss mir was einfallen lassen vielleicht hat irgendjemand von euch eine idee damit wir der gutsten nicht immer das herz brechen müssen ja ok wenn euch das video gefallen hat lasst ein abo da für weitere wachtel videos ich sag bis zum nächsten mal bei wachtel frauen.com so